Hiho! Ein ganz herzliches Hiho und Willkommen meine lieben Strategiespiel, Aufbauspiel und Zwergenfreunde zu einem kleinen Let's Show von mir. Wobei vielleicht einem etwas größeren Let's Show. Wahrscheinlich mache ich zwei Aufnahmesessions drauf. Eher erstmal im Vorwort. In den letzten zwei, drei Wochen ist ja nichts von mir gekommen und man hat nichts von mir gehört. Also für die, die sich Sorgen machen. Bei mir geht es gerade ein bisschen drunter und drüber, sage ich mal so. Deswegen komme ich irgendwie nicht zum Aufnehmen. Also nicht sehr großartig. Deswegen schiebe ich jetzt mal ein kleines Let's Show so als Auflockerung dazwischen. Und zwar zeige ich euch heute Pioneers of Pagonia. Ein Aufbaustrategiespiel. Mehr ein Aufbauspiel eigentlich. Ja, und zwar von, kreiert von Volker Wertig, dem Vater der Siedlerspiele. Ja, nachdem ja, wie vielleicht einige Siedlerfans mitgekriegt haben, das neueste Siedlerspiel von Ubisoft ein bisschen gefloppt ist, hat sich Volker Wertig von Ubisoft abgekapselt und mit einem eigenen Team Pioneers of Pagonia begonnen. Um der ganzen Geschichte halt treu zu bleiben. Also das neue Siedler, das ich selber gesehen habe, muss ich leider sagen, hat nicht mehr viel mit Siedlern zu tun. Was mein Herz irgendwie auch traurig macht. Ich habe es mir auch noch nicht mal gekauft. Das werde ich vielleicht mal, wenn es für 5 Euro im Sale ist, auf Steam kaufen. Wie ich vorher. Ähm. Ja. Pioneers of Pagonia ist wie gesagt ein Aufbauspiel. Und macht halt das, was an Siedler halt der Hauptpunkt war. Nämlich die Warenwirtschaft. In eine noch komplexere Rolle schieben. Ich habe ja mal ein Let's Show von Siedler 1 gemacht. Also vom Original Siedler 1, dem ganz alten Spiel. Wo man halt gesehen hat, dass es ein paar einfache Warenabläufe gab. Also Holzfäller, Feldbäume und das Sägewerk macht sie zu Brettern. Weizenfarm bauen Weizen an. Das wird zu Schweinefutter oder Mehl. Und dann zu Brot oder Fleisch. Eisen. Wird zu Eisenbarren mit Kohle. Und dann zu Waffen oder Werkzeugen. Und Pioneers of Pagonia tut das Ganze nochmal in eine noch höhere Stufe heben. Während der strategische Teil halt ein bisschen runtergedrückt wird. Die Siedlerteile, je nachdem welchen Teil man halt genommen hat, hatten eine Mischung aus Aufbauspiel und Strategiespiel. Sogar der erste Teil eigentlich schon. Und weil man überlegen musste, in welche Richtung expandiert man. Welche Grenzen sichert man besser ab. Und so weiter. Welchen Gegner greift man wo am besten an. Das war so, in den ersten beiden Siedlerteilen kann man sagen, 70% Aufbauspiel, 30% Strategiespiel mit Siedler. 3 und 4 ist es dann eher 50-50 geworden, wo man die Einheiten dann frei steuern konnte. Und Siedler 5 ist dann extrem in die Strategiespiel-Nische gegangen. Da war nicht mehr viel mit Aufbau eigentlich. 6 hat es dann wieder mehr in Richtung Aufbau gemacht. Auch wieder eher so 50-50, wobei Siedler 6 eher an Anno erinnert hat. Und Siedler 7, was viele irgendwie nicht mochten, was ich nicht nachvollziehen kann, wahrscheinlich lag es an der Art des Bauens. Also ich mochte Siedler 7. Ich habe ja sogar ein Let's Play von 6 und 7 gemacht, wenn man es sich anschauen möchte. Äh, Siedler 7 war eigentlich eins meiner Lieblingssiedler nach dem ersten und zweiten. Eigentlich die ersten 4 und 7 waren so meine liebsten Siedlerspiele. Wobei 4 war ja ein recyceltes Dreier mit ein paar wieder besseren, aber auch schlechteren Umsetzungen. Aber ich schweife jetzt zu sehr ab. Ja, unser Hauptaugenmerk heute in dem Let's Show gilt Pioneers of Pagonia. Dem geistigen Nachfolger von Siedlern nenne ich es jetzt mal. Da ja Volker Wertig hier seine Hand mit drin hatte. Und man sieht auch hier im Hauptmenü ein Joint Co-op Game Button. Also das Spiel bietet die Möglichkeit mit einem anderen Spieler zusammen eine Siedlung zu bauen. Also es gibt kein PvP. Also Spieler gegen Spieler gibt es nicht, was auch einige bemängelt haben. Aber sind wir mal ehrlich, so andere Aufbauspiele, also mir fällt da am ehesten immer Banished ein. Hat ja auch kein Multiplayer. Hat nicht mal einen Multiplayer. Da muss man seine Siedlung am Leben halten, seine Leute durch den Winter bringen und so weiter. Pioneers of Pagonia ist da zum Glück etwas leichtere Kost. Also es ist kein Survival-Aufbauspiel, wo man sich darum Sorgen machen muss, dass der Winter die Leute tötet. Oder dass sie verhungern. Das funktioniert in Pioneers of Pagonia anders. Aber Pioneers of Pagonia ist trotzdem nicht weniger komplex oder schwierig. Es ist keine leichte Kost für zwischendurch, sag ich mal. Man muss sich schon ein bisschen reinsteigern. Und ja, vor kurzem, also vor einem Monat ungefähr, ist sogar das letzte große Update gekommen. Wie man hier unten an der Version sicherlich sehen kann, ist es noch eine Early Access Version. Aber das letzte große Update kam vor ungefähr einem Monat, mit dem jetzt endlich mal auch Bergwerke reingekommen sind. Und ich habe seitdem auch nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Also, wird es für mich auch ein bisschen interessant, jetzt dieses Let's Show. Gut. Soviel zum Vorwort. Ich sülze zu viel gerade, merke ich. Starten wir mal ein neues Spiel. Oh, das hat sich auch ein bisschen geändert. Vorher gab es nämlich nur vorgefertigte Karten. Und Customized Maps, diese Guidance Maps. Okay. Hier sieht man übrigens die Einstellungen der Karte. Also, das hier ist eine friedliche Karte und das hier ist eine nicht-friedliche Karte. Ähm, das ist halt auch so das Thema. Es gibt, ähm, computergesteuerte Gegner. Nicht richtige Zivilisation, sondern eher Banditen, Wölfe, sogar Wehrwölfe. Also, ein paar Fantasie-Kreaturen sind mit drin. Muss man aber nicht unbedingt. Man kann auch friedlich spielen halt, wie man hier sieht. Und ja, die Symbole sagen, hier kann man die Guidance anschalten. Das ist sozusagen ein Tutorial-Missionsziel, was man als nächstes bauen sollte. Dann halt der Victory-Type. Ist hauptsächlich Objectives zu lösen. Das erkläre ich dann aber, wie wir in Game sind. Und die Größe der Karte. Die Karten sind, ähm, eigentlich normalerweise, also meistens, bei den Guidance Maps und den Pre-Defined Maps sind es vorgefertigte Karten. Bei Customized Maps werden wirklich Random Karten erstellt, die man, wie man sehen kann, hier auswählen kann. Also, Objektives. Also, man kann hier die, ähm, das Ziel der Karte wählen. Also, entweder Objectives ohne Gegner, mit Gegner, die ganze Insel erobern. Also, dann geht es nur darum, die gegnerisch, also die NPC-Camps zu zerstören. Oh, hier ist sogar eine Map-ID, also ein Ding, ein Seed. Wer so aus Spielen wie Minecraft und so kennt. Und halt Sandbox, ähm, wenn man einfach nur frei spielen möchte. Man kann ein Template wählen, eine Difficulty und eine Size. Also, es gibt drei verschiedene Größen. Man kann Customizen und man kann halt die Art der Insel auswählen und ansonsten sogar Random. Äh, aber das wollen wir alles nicht. Ich will auf einer Pre-Defined Map spielen. Da sieht man... Äh, das machen wir mal ausguiden. Und zwar, ich will das ohne, dass hier die ganze Zeit eine Bauliste kommt. Ich will euch das frei zeigen können. Und zwar haben wir hier jetzt halt die Möglichkeit, äh, halt... Sozusagen sind das eher so Anfänger-Inseln, die halt fest sind. Aber halt, ähm... Stufenweise anders werden. Also die hier ist die ganz einfachste, weil sie eine friedliche Insel ist. Auf den anderen Inseln gibt es halt immer Gegner. Und die Inseln werden auch irgendwann größer. Steht hier auch immer die Beschreibung dafür. Also hier gibt es Pagonien... Also Dörfer von Pagonien auf der Insel, die Hilfe brauchen. Das sind dann diese Objectives. Pose in the Fog. Also das hier ist... ...dass man die Insel erobern muss. Lustig, dass da ja hier Self-Objectives steht. Naja. Unfreundliche Nachbarn. Also das hier sind so eher die neutralen... ...Monster-Gegner. Wie man hier auch sehen kann, sehen das aus wie Geister. Das hier sind dann eher... ...Räuber. Ja, das sind halt vordefinierte Maps. Und ich will eigentlich, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht so viel gespielt habe. Also ich habe ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel, aber jetzt nicht so extrem. Und deswegen traue ich mich jetzt für das Let's Show nicht an eine Insel mit Gegnern ran. Sondern ich will einfach friedlich bauen und die Missionsziele erfüllen. Also beginnen wir hinter Land. Und starten mal rein. So, wir starten mit unserem Schiff, The Venture. Mit sehr vielen Arbeitern, wie man sehen kann. Und auch ein paar Ressourcen. Also 332 Leute sind auf dem Schiff. Träger, Minenarbeiter. Das hier sind Träger für Bauaufträge, Wachen, Kundschafter. Planierer haben wir, Geologen, Holzfäller. Wir haben Bauarbeiter. Wir haben Woodworker. Die werden im Sägewerk arbeiten. Jäger, Fischer, Förster, Sammler, Steinmetze, Schmelzer, Schmiede. Weber haben wir, Schneider. Also der macht aus Rohmaterial Stoff und der macht aus dem Stoff dann Klamotten. Wir haben Provisionierer. Das kommen wir nachher dazu, was die sind. Farmer und Köche. Ja. Und dann halt Ressourcen. Meißel, Rucksäcke, Seile. Also man sieht, wir haben schon ziemlich viel. Wir haben auch hier oben eine schöne Übersicht. Also erstmal, was wir von der Insel erkundet haben und was wir geclaimed haben. Ich kann mich netterweise mit VHSD bewegen. Also man sieht, wir haben hier ein bisschen Anfangsgebiet mit sehr viel Wald darin übrigens. Hier sehen wir unsere Population. Unsere Träger. Unsere Bauarbeiter. Unsere ganzen Arbeitsleute. Dann haben wir sogar Trader und halt Militär. Man sieht, es gibt ein bisschen Militär. Also hauptsächlich, äh... Oh, es gibt jetzt sogar Elite-Guards. Als ich das letzte Mal gespielt habe, gab es nur Guards und Veteran-Guards. Jetzt gibt es ein paar neue. Auch Elite-Soldaten. Okay, es gibt ein paar neue Militäreinheiten. Hier ist unser Holz. Hältst du das Zahnrad? Interessant. Also ja, es gibt, wie man sehen kann, Softwood und Hardwood. Feuerholz gibt es auch. Das brauchen wir allerdings nicht wie in, äh, Banished zum Überwintert oder so. Steine haben wir. Erz-Sachen. Seltene Ressourcen. Silber und Gold. Wert-Sachen. Kupfer-Silber-Münzen. Also das ist eher für den Handel. Dann Naturprodukte. Also alles für die Landwirtschaft mehr oder weniger. Fleisch-Sachen. Und, ähm... Plant-Meal also... Einfaches... Einfache Essens-Zutaten. Und Werkzeuge und Waffen und Rüstung natürlich. Hier ist unser Objective. Wir sollen alle Fraktionen auf der Insel, äh, befrienden. Dazu müssen wir die Fraktionen natürlich erstmal finden. Also man sieht, wenn man hier rauszoomt in der Übersichtskarte, die ist groß, die Map. Was schon mal Spaß bedeutet. So, jetzt fangen wir aber erstmal mit dem Bauen an. Also das Erste, was wir natürlich immer brauchen, ist, ähm... Woodcutter. Und man sieht einen Raster zwar hier um den Woodcutter rum. Aber das ist jetzt nicht ein festes 360-Grad-Raster, wie man sieht. Das ist einfach nur eine Anzeige, äh, wie der Woodcutter jetzt zum Rest ausgerichtet wird. So, wir bauen hier jetzt zwei Woodcutter auf. Ein bisschen weiter nach hinten. Und verbinden die schon mal mit einer Straße.